Das ist Ivy. Ivy hat keine Lust, gewogen zu werden. Manchmal regt er sich dann so auf, dass er mich anbellt und mit den Zähnen klappert. Wenn ich ihn dann habe, ist alles gut, aber davor demonstriert er gerne mal sein schauspielerisches Talent. Wenn ihr schon auf meinem Twitch-Kanal oder meinem Discord wart, wisst ihr vielleicht, dass ich 5 Chinchilla-Emotes habe. Ich glaube, es wird Zeit, dass ihr mehr über unsere Mitbewohner erfahrt, also gehe ich mal die Fotos und Videos durch, die ich aus den letzten Jahren habe und erzähle da ein wenig. Die ersten beiden Chins, Chip und Chap, waren ursprünglich die Mitbewohner meines Freundes und heutigen Verlobten, Tigerstar. Als wir zusammengezogen sind, kamen die zwei natürlich mit. Leider hat Chap die neue Wohnung nicht mehr erleben dürfen, da er überraschend verstarb. An dem Tag fahrten wir auf die harte Tour raus, dass Chinchillas es wirklich gut verbergen, wenn sie krank sind. Chap hatte Zahnprobleme, die für diese Tiere leider sowohl durch die Art der Fütterung als auch genetisch bedingt nicht selten sind und noch dazu schwer zu behandeln. Chap starb im Alter von nur 6 Jahren und auch wenn das nach Nagetiermaßstäben alt klingt, können Chinchillas in Gefangenschaft, sofern alles gut läuft, durchaus 20 Jahre alt werden. Sie halten also locker mit Hunden und Katzen mit und können sich sogar überleben. Seitdem wiegen wir die Tiere jeden Sonntag, da man über Gewichtsveränderungen am ehesten erkennt, ob etwas nicht stimmt. Nach Chaps Tod blieb sein Bruder zurück und für ihn brauchten wir langfristig natürlich wieder einen Partner, da Chinchillas Herdentiere sind, die mindestens zu zweit leben müssen. Chip war trotzdem erst mal ein paar Monate allein und auch wenn er gut damit klarkam, merkte man schon, dass er sich mehr freute, wenn er Aufmerksamkeit von uns bekam. Nach ein paar Monaten übernahmen wir dann ein anderes Brüderpaar, Abby und Ivy, beide etwa 3 bis 4 Jahre alt und begannen die Vergesellschaftung. Bei dieser ersten Vergesellschaftung hatten wir zunächst Glück. Abby ordnete sich schnell den beiden anderen unter, aber auch Ivy und Chip arrangierten sich miteinander. Das ist alles andere als selbstverständlich und lasst euch nicht täuschen. Diese Tiere können und werden sich gegenseitig umbringen, wenn sie mit einem Artgenossen zusammengesetzt werden, den sie nicht mögen. Chinchillas sind sehr territorial und es ist nicht immer einfach, normale Rangkämpfe von aktiven Tötungsversuchen zu unterscheiden. Aber alles ging gut und für einen kurzen Zeitraum hatten wir tatsächlich eine funktionierende Dreiergruppe. Das war, bis Ivy begann, seinen Bruder zu verstoßen. Er war nun sehr eng mit Chip und schien jetzt keinen Platz mehr für Abby in seinem Revier zu sehen. Abby musste also kurzerhand wieder ins Asyl und zog in den Übergangskäfig, den wir zuvor für Chip und Chap genutzt und nun für diesen Zweck in meinem Studio wieder aufgebaut hatten. Hier fanden wir nach einiger Zeit heraus, dass wir diesen Käfig vorher nie korrekt verschlossen hatten. Es gab Schiebegitter, aber uns war nicht klar, dass die einrasten sollen. In einer Nacht hat Abby dann rausgekriegt, dass er die mit dem Kopf aufschieben kann, hat uns kurzerhand im Schlafzimmer besucht und die Nacht unter dem Bett verbracht. Er hat mich sogar geweckt, weil er natürlich trotzdem versucht hat, das Lattenrost anzunagen, aber ich habe leider bis zum Morgen gebraucht, um zu schalten, dass er tatsächlich aus dem Käfig ausgebrochen ist. Ich war in dieser Nacht sogar aufgestanden, um genau das zu prüfen, aber hatte dazu nicht das Licht angemacht und war davon ausgegangen, dass wenn Abby in der Wohnung oder im Schlafzimmer rumlaufen würde, ich auch seine Köttel auf dem Boden sehen müsste. Anders gesagt, der Morgen danach war lustig, da wir erstmal eine Chinchilla einzufangen hatten. An diesem Punkt war uns Abby natürlich auch ans Herd gewachsen, also wollten wir ihn auch nicht abgeben. Ergebnis war, dass wir das Wohnzimmer umräumten, einen zweiten Käfig bauten und begannen, einen neuen Freund für Abby zu suchen. Diesen fanden wir in diesem kleinen Kerl namens Haribo. Abby und Harry schienen gut zusammenzupassen, aber wie es sich herausstellen würde, hatten wir den kompliziertesten Teil der Partnersuche doch vor uns. Harry hatte ein paar Probleme mit den Augen, die wir aber gut behandeln konnten. Er war bei der Anwendung der Augentropfen sogar sehr kooperativ, als hätte er verstanden, dass es ihm hilft. Und er hatte auch eine Begegnung mit unserem Staubsauger. Leider habe ich nicht so viele Bilder von Harry vor seiner Verletzung. Nach einigen Monaten mit Abby knallte es leider zwischen den beiden. Wir wissen nicht so genau wieso, aber wir vermuten, dass Haribo entweder gerade erwachsen worden war und sich deshalb nicht mehr unterordnen wollte, oder dass er Abys Geduld bedingt durch Traumata aus seiner früheren Haltung überstrapaziert hat. Seitdem ist Harry auf Fotos gut an seinem beschädigten linken Ohr zu erkennen, was ihr übrigens nicht groß stört und Chinchillas können sogar noch blind gut leben, solange in ihrem Käfig nicht viel verändert wird, da sie ihn auch aus dem Gedächtnis heraus mühelos navigieren können. Jedenfalls hielten wir zunächst Abby für den Aggressor und macht uns daran, einen neuen Partner für den einen und ein neues Zuhause für den anderen zu suchen. Einen neuen Partner fanden wir in Gestalt von Jumper. Euch fällt vielleicht auf, dass er etwas anders aussieht als die anderen. Jumper ist ein langhaartiger Chinchiller und ich muss gestehen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn direkt auf die Waage gesetzt, weil ich wissen wollte, ob er flauschig oder einfach nur fett ist. Am Ende war es ein bisschen von beiden, zumindest zu der Zeit. Aber er wirkt tatsächlich auch, wenn er normal zusammengekauert sitzt, dicker als er eigentlich ist. Mir wurde erst vor kurzem klar, wie groß dieses Tier eigentlich ist. Er ist sehr auf Menschen fixiert, da er länger allein war und wenn man ihm am Kopf streichelt, kann es passieren, dass er den Ärmel eures Pullovers sehr spannend findet. So habe ich es geschafft, dass er sich für diese Fotos mal ordentlich aufrichtet. Jumper versuchten wir zunächst mit Haribo zu vergesellschaften, was wir aber abbrechen mussten, weil Harry Jumper angegriffen hat. Wir versuchten auch, ob eine Dreiergruppe aus Ivy, Chip und Haribo funktionieren könnte, aber auch das mussten wir sehr schnell abbrechen. Und dazu kam, dass wir ohnehin keine großen Risiken mit der weiterhin sehr harmonischen Partnerschaft zwischen Ivy und Chip eingehen wollten. Die zwei waren wirklich ein Herz und eine Seele. Haribo verließ uns letztendlich für eine Pflegestelle, während Jumper, nachdem er sich erholt hatte, erfolgreich mit Abby vergesellschaftet wurde. Wenn wir fernsehen, stellt sich Jumper gerne auf die oberste Etage und verfolgt das Programm mit. Während dieser Zeit befand sich auch Chip in regelmäßiger Behandlung, der die gleichen Zahnprobleme wie sein Bruder entwickelte. Dafür suchten wir sogar eine Spezialistin auf und Chip hat alle Behandlungen absolut vorbildlich mitgemacht. Aber gerade als alles wieder gut zu werden schien, fiel ihm sein zweiter unterer Schneidezahn aus und wuchs auch leider nicht mehr nach. Chip kämpfte zwar weiter, aber dennoch mussten wir uns leider letztes Jahr von ihm verabschieden, nachdem er immerhin acht Jahre alt wurde. Ivy blieb also wieder allein zurück. An diesem Punkt kam Haribo dann doch nochmal zu uns zurück. Und ich glaube sogar, dass er uns wiedererkannt hat. Wir behielten insofern recht, dass eine 2 zu 1 Vergesellschaftung, wie sie zuvor mit Chip, Ivy und Abby funktioniert hat, für Harry wohl zu viel war. Jetzt lief es soweit gut. Harry und Ivy lebten wieder einige Monate gut zusammen, bis wir irgendwann merkten, dass Ivy vor Harry floh und auch Fell von Ivy im Käfig lag. Wir können den Tieren natürlich nicht in den Kopf schauen, aber es hatte sich ein Muster gezeigt. Da glauben wir, dass Harry aufgrund seiner früheren Erfahrung nicht damit umgehen kann, wenn sein Partnertier ihn nicht dauerhaft neben sich haben will. Auch bei Vergesellschaftung hatte Harry so seine Probleme damit, die Grenzen der anderen Chinchillas zu beachten. Wenn Ivy also auf Abstand ging, ließ Harry ihn nicht in Ruhe und reagierte irgendwann aggressiv. Ivy auf der anderen Seite schien gar nicht zu verstehen, wieso Harry ihn plötzlich angriff und versteckte sich lieber, was wir angesichts Ivys doch eher dominanten Natur ziemlich auffällig fanden. Soweit wir wissen, war Ivy nach der Trennung von seinem Bruder nie wieder aggressiv zu einem anderen Chinchilla oder hat sich auch nur verteidigt. Das höchste der Gefühle war in der Richtung, dass er Chip manchmal nach seinen Behandlungen angemotzt hat, was aber vermutlich mehr an den Tierarztgerüchen lag und sich immer schnell wieder einpendelte. Falls ihr inzwischen keinen Überblick mehr habt, sei euch verziehen, denn auch wir waren nach all dem am Ende unserer Nerven. Jede Vergesellschaftung erfordert, dass wir anwesend und verfügbar sind, damit wir im Notfall die Tiere trennen können. Dass es dann mehrmals noch im Nachhinein in die Brüche ging, trug nicht dazu bei, dass wir uns sicher fühlen. Es war zwar auch sehr lehrreich, aber das heißt nicht, dass uns das Verhalten unserer Mitbewohner nicht manchmal komplett verwirrt. Harry kehrte letztendlich wieder in eine Vermittlungsstelle zurück, von wo aus er hoffentlich inzwischen in ein dauerhaftes Zuhause vermittelt werden konnte. Der Plan war, dass er kastriert wird. Hierzu sei angemerkt, dass eine Kastration bei Chinchillas nicht das Verhalten beeinflusst, aber in diesem Fall ermöglichen würde, dass er auch mit Weibchen vergesellschaftet werden kann, ohne dass man sich Gedanken um Nachwuchs machen müsste. Bei Chinchillas stehen die Weibchen in der Rangordnung immer über den Männchen, solche Vergesellschaftungen können also deutlich einfacher sein. Im Gegenzug zog bei uns dieser kleine Kerl ein, der zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen Namen hatte, bzw. erst unbekannt, obwohl er schon ein paar Jahre alt ist. Er bekam dann den Namen Kasimir. Kasimir musste zwar erst noch lernen, dass die Finger nicht zum Knabbern da sind, aber wurde zunächst schon fast handzahm. Danach bekam er aber, wenn man ihn aus dem Käfig holte, eigentlich immer Panik. Er zittert zwar nicht mehr so stark, aber er wirft eigentlich immer Fell ab, wenn man ihn handhaben musste, und er ist auch am schwierigsten zu wiegen, da er ungern stillhält und gerne mal von der Waage springt, um das Wohnzimmer zu erkunden. Die Vergesellschaftung mit Ivy ging zwar einmal zurück in den Hasenkäfig, da es so gut lief, dass wir etwas voreilig damit wurden, den eigentlichen Käfig wieder voll zu bestücken, aber außer zwei Fällen, wo wir die beiden auf die oberste Etage beschränken mussten, vertragen sich die zwei gut miteinander. Und so kam es, dass wir am Ende zwei Zweiergruppen in zwei getrennten Käfigen hatten. Einmal Ivy und Kasimir im einen Käfig, dann Abby und Jumper im zweiten. Wir hoffen aber auf absehbare Zeit, keine Vergesellschaftungen mehr durchführen zu müssen. Aus meinen Beschreibungen geht vielleicht schon davor, dass das sehr komplizierte Tiere mit jeder Menge Persönlichkeit sind. Falls ihr mehr von den Tieren sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht kann man gelegentlich mal etwas Chinchilla-Content nachschieben. Vielen Dank. Vielen Dank.